Sehr geehrte Damen und Herren, willkommen zum 80. Video der Reihe Programmierschule. Heute wollen wir wissen, was eine Abfragesprache ist. Hierzu lernen wir. Eine Abfragesprache ist eine Datenbanksprache zur Suche nach Informationen. Das Ergebnis einer Abfrage ist eine Teilmenge des zugrunde liegenden Informationsbestandes. Das war es für heute. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Ihnen der Beitrag gefallen hat, dann liken und teilen Sie ihn bitte und abonnieren Sie meinen YouTube-Kanal.